Hallo, ich bin's wieder, eure Gerti. Ja, heute geht es mal so richtig ans Eingemachte. Ich muss mal so richtig anpacken, denn ich habe mir eine Challenge überlegt, ja, wie ich schnellstmöglich einen Rollator aufbaue. Als Gegner, da habe ich mir gedacht, ja, holst ihr dir doch den lieben Wilhelm. Ja, der Wilhelm kann das bestimmt ganz top. Ja, und dann wollen wir mal schauen, wie wir beide diesen Rollator aufbauen können. Wilhelm, hallo. Hallo, willkommen ich schon. Guten Morgen, Gerti. Wie geht's dir denn? Ja, super, danke. Was hast du denn im Schild, dass du das so dringend machst? Jetzt hast du mich erst mal überrascht. Wo kommst du denn jetzt eigentlich her? Dort. Ach ja. Durch die Tür. Ja. So, sag an, was für so ein Schilde. Ja, ähm, ja, ich bin, äh, dabei, ähm, was auszuhacken. Ah, ja. Das ist natürlich nicht die dann. Nein, nein, nein. Eine Challenge. Lass uns mal beueinander antreten. Aber gerne. Ja, ich habe mir gedacht, ja, wir, du, ich, wir bauen einen Rollator auf. Das habe ich doch noch nie gemacht. Glaubst du ich? Ja, dann lernen wir das halt, ne? Okay. Okay. Da gehen wir ran. Gehen wir ran. Ich dachte mir, wir losen aus, wer als erster drankommt. Ich bin professionell. Ja. Schau, ich habe hier eine Münze. Ja. Und, ähm, Wappen oder Zahl. 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 Möchtest du? Okay. So. Oh. Ja, du bist erster. Gratuliere. Oh, ich habe schon nie gemacht. Oh. Ja, lieber Wilhelm, dann hole ich dir jetzt mal den Rollator. Aha. Und? Wir stoppen auch die Zeit. Okay? Da bin ich mal gespannt, was es das gibt. Ich auch. Aber ich gewinne. Ah, das werden wir erst noch mal sehen. Okay, hol das hin. So, mein Lieber. Das ist es. Ui. Jawoll. Im Paket. Und ich gebe dir schon mal die Schere zur Hand. Danke. Bitte. Danke. Ich habe jetzt hier meine Stoppuhr, ja? Ja. Und ich sage dir, let's go. Es geht los. Jawoll. Die Zeit läuft. Okay. Waffe weg. Oh, eine Tasche. Oh, Beschreibung, ganz wichtig. Ja, ja. Oh, haben Sie das eingepackt. Also, ich sehe schon, du bist ganz schön fit. Oh, oh. Oh, ich hoffe, ich schaffe das so bis zum Schluss. Oh, oh. Ich wieder schließe viel hin. Ich gucke auch. So, wo ist vorne, wo ist hinten. Ja. Ah, ja. Ich glaube, ich sehe, wo es lang geht. Mhm. Da hast du jetzt ein Bolzen, ne? Das ist ein Bolzen, ne? Das ist ein Bolzen. Ja. Ja, ach, das geht ja doch relativ einfach. Okay, ja, ich sehe. So, super. Ja, super. Also, ich werde gewinnen. Oh. Ja, also, machst du echt gut, ne? Normalerweise sagt man Männer und Technik. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich schaffe das. Sehr gut. Ah. So, ich glaube, das ist jetzt ein Gymnasium. Das will ich sehen, wenn ich es aufgebaut habe. Okay. Oh, das ist auch nicht kompliziert. Ja. Feingefühl ist hier natürlich nicht. Aber jetzt geht es hier doch nicht. Ja, ja. Manchmal ist das Detail etwas. Es ist nicht gut ausge... Ja, ähm, was soll ich denn sagen? Ich sehe, du... Ja. Du fühlst mit... Tja, mhm. Die Zeit läuft. Ja, ja, das glaube ich. Das läuft, dass du gut lachen kannst. So. Ja. Supi. Ja, dasselbe Spiel nochmal, ne? Mit der ich werde, glaube ich, gewinnen. Er sagt immer, er wird gewinnen. Das weiß er doch gar nicht. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Ja, gut. So. Ich will ja auch nicht runterfahren. Und jetzt sind alle Schrauben schön fest. So, fertig. Ja, gut. So. Ja, das sieht schon nach Verleicht aus, ne? So. Und jetzt? Jetzt müssen die Griffe auch noch passen. Bisschen tiefschädig, ne? Ah, ja. Super. Da gibt es an der Seite diese... Ja, wie nennt man das? Ich sage einfach mal Raster-Einstellung. Raster. Okay. So, was brauchen wir noch? Eine Tasche gibt es ja auch. Mhm. Ja, ist ja praktisch, ne? Kann man zum Einkaufen und kann man sich hier unterwegs was mitnehmen. Schön schön. So, machen wir das Ding auch noch fest. Das soll ja schließlich umfassend sein. Ja, das ist ein Klettverschluss und das machst du jetzt um den Rahmen. Richtig. Schön. So. Ach du, die Tasche kannst du vielleicht auch umhängen, ne? Kann man auch, ja. Kannst du mit Einkaufen. Denk ich mal. So. 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 Fertig. Ach, dann muss ich Stopp machen, ne? Also. Du. Das waren vier Minuten. Boah. 22, naja, 23 Sekunden. Super. Super. Super, danke. Jetzt bist du dran. Da bin ich mal gespannt. Ja, du auch auf. Ja, jetzt habe ich mein Modell. Oh. Ich stelle jetzt mal hier ab. Rot. Das ist ja ein Ferrari. Ja, guck. Ein großes Modell. Ich sehe es. Ja, da geht es noch viel schneller. Hm. Also, ich weiß nicht. Du warst ja schon ganz schön fix. Möchtest du denn das Scherchen haben? Ja, ja. Okay. Da bin ich doch mal relaxed und ganz gespannt. So, es geht los. Es geht los. Ja, es geht los. Ab und ich beginne. Auf die Plätze, fertig, los. Oh. Da bin ich doch mal gespannt. Ich bin der Ferrari aufgebaut. Ist doch schön, wenn man so relaxed den Raum bei der Arbeitsbeschauen kann. Ja, das glaube ich dir. Ja. Ah, es wird aber. So. Zeit läuft. Ja, ja. Zeit läuft. So, da habe ich jetzt wieder die Tasche. Oh, der sieht ja super aus. Der sieht ja super aus. Der sieht ja schön aus. Das hat sich schon noch herausgebracht. So. Und dann zuerst mal. Ist gut eingepackt, ne? Das kann nicht passieren. Ja, einfach. So. Ja? Ja. Okay. Ja. Also, dann mach das. Okay, fang das da einfach mehr an. Ähm. Ich mach zuerst mal meine Fliegenschraube. Genau. Nachher brauchst du ja vier Räder, ne? Ja. Oh. Du, das geht ganz schön schwer. Das muss ja hier rum, ne? Ja. Okay. Oh. Also, das ist doch ganz schön schwer für mich jetzt. Ja. Alles neu macht der Mai ganz schön schwer. Ja. Ich merke schon, ich kriege Hitze. Boah. Ja, vor dem Erfolg habe ich unter den Schweiß gesetzt. So ist das. So, jetzt habe ich schon mal ein Räderchen aufgebaut. Das sieht aber schon gut aus jetzt. Ja. So. Ähm. Hier geht das jetzt noch weiter. Boah. Das ist raus, ne? Ja. So, dann. Ah ja. So, so steht das. Also, hatte ich auch schon mal vier Beinchen, ne? Ja. So, so steht das. Ja, so hat jetzt die Griffe noch raus. Die Griffe. So. Ja, ist ein bisschen niedrig für mich. Jetzt muss ich die vielleicht mal zwei, drei hoch machen. Ich glaube, ich muss da mal. So, jawohl. Jetzt guck. So. Dann habe ich noch die Tasche. Die Tasche, die Tasche. Ähm. Da sind zwei Griffe. Die kann man dann jetzt hier auf den Stöpsel machen. Und dann habe ich noch die die Befestigung mit dem Klettverschluss. Einmal. Auf, auf. Oh. Und zweimal. Und fertig. Stopp. 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 Vier. Drei. Fünfzig. Der Winter ist. Wilhelm. Haha. Sagte ich es nicht ihm vorgehend. Aber ich bin auch nicht schlecht. Das ist super. Ja, lieber Wilhelm. Schön, dass du mir geholfen hast bei dieser Challenge. Ja, gerne. Obwohl du ja gewonnen hast. Genau. Aber ja, wir Damen sind aber auch technisch ganz fix. Stimmt, stimmt. Müsste dir zu. Ja. Ja, dann, ähm. Und es hat auch Spaß gemacht. Ja, das soll das ja auch. Ja. Ja, das freut mich. Ja, weil du gewonnen hast, habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt für dich. Oh. Ja. Ich bin mal gespannt. Und, ähm, dazu müssen wir jetzt, ähm, das lokal wechseln. Gut, gerne. Ja. Da gehe ich gerne mit. Ja. Gut. Und ich sage tschüss. Bleibt gesund und munter. Eure Gerdi. Tschüss. Ciao. 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 Ja, das stimmt. Der ist viel schöner. Ja, also meiner ist viel schöner. Aber ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Wenn auch nur ganz knapp. Gut. Das stimmt. Dar sexy. Ich habe jetzt auch kein Ohr. Das stimmt. Aber ich habe gesagt, wie verstanden. Ja, das stimmt. Vielen Dank.